Jetzt nehmen wir auf. Ok, passt. Lass uns krachen. Es ist schon noch nass ein bisschen da. Leider. Nichts. Schau. 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 Ich hoffe, dass nichts klingt. Ah, okay. Ah, okay. Oh, krass. Es schaut schon krass aus, echt, wirklich. Jetzt müsste es ein normales Licht angehen, ja? Oder? Ja, jetzt geht's an. Okay, cool. Das war der Licht. Ich hab schon mal runtergeschaut, das kommt nix. Ich hab schon mal runtergeschaut, das kommt nix. Aber schauen wir ab und zu runter. Ich hab schon mal runtergeschaut. Ich hab schon mal runtergeschaut. Oh, fuck. Fuck. Ich hab schon mal runtergeschaut. 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 Okay. Ich hab schon mal runtergeschaut. Ich hab schon mal runtergeschaut. Ich hab schon runtergeschaut. Der macht ihn raus dahin. Ich hab schon mal runtergeschaut. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist ein Bluton! Das ist ein Bluton! Boah, brutal! Boah, der letzte Zug da bist jetzt abgekommen. Wäre eine Käthe da, aber echt. Wirklich. Brutal. Echt? Boah. Kann man nochmal mit dem Auto hochfahren? Das war die Strecke. Ich könnte es noch schneller machen. Ich kann bitte alleine über die Kreml bringen dürfen. Aber echt geht das wegen der... Aber du musst doch nicht... Du kommst doch schon um die Krasse. Aber das ist mir jetzt... Ich glaube das war schon... Da runter oder die andere Straße? Aber mir ist das... Mir ist das schneller, also... Rein so vom Gefühl ist... Mir ist das subjektiv schneller gefahren. Ich denke das waren sicher 100. Wenn ich mit dem Radl... Ich bin als Fertio 60... ... ... ...